Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer hier auf meinem Kanal. Fujifilm X-H2S Teil 2. Es geht nämlich heute, wie ihr schon in der Überschrift lesen konntet, um den Autofokus und auch ein bisschen um die ISO-Performance. Ich glaube, so sagt man das. Am Anfang erstmal Hashtag Transparenz. Ich habe mir diese Kamera von Fotofrans gekauft und die haben mich ganz, ganz toll beraten und deswegen steht hier auch Dauerwerbung, weil ich das auch unten über Fotofrans dann verlinke, wenn ihr euch für diese Kamera interessiert. Das Gute bei Fotofrans ist, klar könnt ihr jetzt über den Link bestellen, aber ihr könnt auch gerne mal bei Fotofrans anrufen, denn die haben manchmal auch gebrauchte Kameras da oder vielleicht eine Kamera aus der Ausstellung und dann könnt ihr immer noch mal ein paar Euro sparen. Übrigens, die Kamera nimmt mich jetzt gerade auf mit einem Tamron 17-70mm auf dem Blende 2.8. Ein sehr, sehr gutes Objektiv. Hatte ich auch schon mal getestet an der Sony-Kamera, an meiner Sony Alpha 6400. Ich muss sagen, tolle Performance. Das ganze Objektiv passt perfekt auch zur Fuji-Kamera. Und würde ich mal sagen, wer sich das erste Mal eine Fuji dann kauft und sucht so das erste leichte Zoom-Objektiv, wäre das für mich die beste Wahl, das Tamron 17-70mm auf dem Blende 2.8. Nun, jetzt soll es in diesem Beitrag gehen um den Autofokus. Denn der Grund, warum ich immer sehr zufrieden mit Sony war oder immer noch mit Sony bin, denn ich habe hier, wie ihr seht, immer noch zwei Sony-Kameras, mit denen ich auch gerne arbeite, ist, dass ich mich immer auf den Autofokus wirklich verlassen konnte. Man, unser Hund bellt jetzt gerade oben. Wahrscheinlich wieder ein bisschen in Spiellaune. Nun, eine Fuji-Film. Ich habe angefangen, das erste Mal intensiv mich mit Fuji auseinanderzusetzen und zu überlegen, na, wäre Fuji nicht doch was für mich mit der X-T3. Ungefähr zum gleichen Rahmen kamen dann auch die 6400er von Sony raus. Und ich habe festgestellt, als ich das so ein bisschen verglichen habe, ja, der Autofokus bei Fuji hat noch nicht das umgesetzt, was ich von Sony gewohnt war. Und deswegen kam das für mich nicht in Frage. Auch wenn Fuji schon im Vorteil 4K mit 60 Bildern die Sekunde Videos produziert hat, was jetzt bei Sony im APS-C-Bereich wirklich ewig gedauert hat. Und mir ging es ja auch darum, ich wollte ja gerne keine reine Videokamera haben, denn Sony hat ja einige schon rausgebracht, eine FX30 und so weiter. Ich wollte ja wieder so eine Hybridkamera haben, wie ich das ja auch von der Sony Alpha 6400 gewohnt war. Und ja, irgendwann hat man mir dann vorgeschlagen, guck, schau dir doch mal die Fujifilm X-H2S an. Weil dieses S steht für eine superschnelle Performance und eine superschnelle Rechenleistung. Da sind Prozessoren drin verbaut worden, die das jetzt endlich mal packen. Ich wollte es nicht glauben, ich habe es für mich so im Studio so ein bisschen ausprobiert und war schon da echt begeistert. Jetzt habe ich die Kamera jetzt schon ein paar Wochen, wenn nicht sogar ein paar Monate und habe das Ganze mal auch für mich getestet, ob ich wirklich für mich dann auch die richtige Entscheidung getroffen habe. Ich möchte erst mal anfangen, für diejenigen von euch, die fotografieren, nicht unbedingt videografieren. Um das Ganze wirklich gerecht werden zu lassen, müsste ich eigentlich eine APS-C Kamera nehmen. Die Sony Alpha 6400 habe ich nicht mehr. Ich habe nur noch die ZV-E10 hier. Die werde ich auch trotzdem behalten. Und möglichst mit dem gleichen Objektiv. Die Fujifilm habe ich dann bestückt mit einem 56mm auf dem Blende 1.4. Das hätte ich ja damit auch machen können, aber ich habe es für EMA und EMA nicht mehr gehabt. Äquivalent dazu wäre dann die Sony A7 IV hier mit einem 85mm Objektiv. Das ist jetzt von Samyang auf dem Blende 1.4. Damit habe ich den gleichen Bildwinkel. Und somit wollte ich das jetzt erstmal testen. Habe die beiden Kameras auf eine Schiene geparkt, auf Stativ drauf. Da habe ich zu meiner Tochter gesagt, Mensch, lauf doch mal einfach durch den Garten. Geh mal auf mich zu, nicht laufen. Gehen. Das ist ja wieder was anderes. Und obwohl es ein ziemlich ungerechter, ich sage mal, ein ungerechtes Battle ist, denn die Sony Alpha 7 Mark IV, die hat über 800 Autofokus-Messfelder und die Fujifilm, die mich jetzt gerade aufnimmt, hat gerade mal die Hälfte. Und es war nicht anders zu erwarten. Die Sony hat auf jeden Fall, wenn ich draufgedrückt habe, mit 10 Bildern in der Sekunde, 2,5 Sekunden habe ich draufgedrückt, mit 25 Bilder, wirklich scharf abgeliefert. Ich habe gedacht, die Fujifilm haut vielleicht ein paar daneben, aber ich hätte ja die Möglichkeit, die Fujifilm auch im mechanischen Shutter auf 15 Bilder in der Sekunde zu stellen und dann habe ich trotzdem die gleiche Ausbeute. Ich habe die Fuji aber auch auf 10 Bilder gestellt und siehe da, auch da 25 Bilder, alle scharf geworden. Was mir allerdings aufgefallen ist, obwohl ich hier schnelle Speicherkarten drin habe und in der Fuji auch schnelle Speicherkarten drin habe, nach zweieinhalb Sekunden war hier bei der Kamera, fing sie an, so ein bisschen zu stottern, langsamer zu werden. Und ich hätte noch, ja, minutenweise wahrscheinlich bei der Fujifilm auf den Auflöser draufdrücken können und die Fotos werden einfach nur so durchgeballert. Also da merkt man schon, da hat Fujifilm so einiges an Leistung reingepackt. Das hat richtig Spaß gemacht und alle Bilder im Vergleich gleich geblieben. Ich habe jetzt so keinen Telebereich. Ich würde sie auch gerne mal im wirklichen Sportbereich testen. Wenn es soweit ist, melde ich mich wieder, dann gibt es wieder einen schönen Bericht darüber. Aber im Moment, für den kleinen Bereich, wie ich es benutze, auch bei der Hochzeit und so weiter, war das für mich vollkommen ausreichend. Nächster Punkt wäre vielleicht die Performance. Wie ist es, wenn das etwas schlechter wird, das Licht? Auch kein Problem, denn ich hatte jetzt eine Hochzeit gehabt. Wir waren im Standesamt, das war nicht gerade mega hell. Hier an der Sony Alpha 7 Mark IV nehme ich immer mein Lieblingsobjektiv, das 35 mm Sigma 1.2. Schafft auch bei schlechten Lichtverhältnissen, kurzen Belichtungszeiten, ein bisschen ISO rein und fertig. Da hatte ich, wie gesagt, das 56 mm von Sigma drauf. Und auch da, obwohl ab und zu, wo ich so gesagt habe, erkennt er das überhaupt. Ich konnte immer diese schöne Kästchen um die Augen der Menschen erkennen. Also auch der Ausruffokus bei schlechten Lichtverhältnissen hat super gesessen und erfüllt alle meine Wünsche. In der Videografie habe ich auch die beiden Objektive getestet. Beispiel habe ich jetzt leider nicht hier. Aber auch da hat es genauso funktioniert, wie ich mir das vorgestellt habe. Und um das auch mal wieder ein bisschen gerecht werden zu lassen, ich habe jetzt die ZV-E10 genommen, hier mit dem 12 mm und habe dann die Fujifilm mit dem Viltrox 13 mm, ist ja ähnlich, sage ich jetzt mal, nebeneinander wieder auf die Schiele und habe mal so so einen Vlogging-Alltag einfach mal simuliert. Mit der Hand nach vorne gegangen, für Produkte nach hinten gegangen. Und auch hier hat es super funktioniert. Autofokus ist gleich auf. Und also auch in der Videografie und beim Vloggen, auch beim näheren Abstand, hat das Ganze gut funktioniert. Natürlich ist sowas auch immer wieder, das darf man nicht vergessen, abhängig vom Objektiv, was man sich vorne dran schraubt. Aber auch im Vergleich, das Samyang gegen einen Viltrox zum Beispiel, ja, sind alle gleich auf. Die Kamera bietet einem im Autofokus, sowohl in der Foto- als auch in der Videografie, viele Möglichkeiten, das für sich nochmal individuell einzustellen. Soll der reaktionsschnell sein? Soll der weich nachgezogen werden? Und so weiter. Jetzt denkt man sich, wozu braucht man denn einen weich nachgezogenen oder warum etwas trägeren Autofokus? Zum Beispiel, ich stelle mir gerade vor, ich bin auf einer Messehalle unterwegs, habe jetzt diesen Abstand und da läuft meine Person durch. Da möchte ich nicht, dass sofort auf diese Person da scharf gestellt wird, sondern es noch ein bisschen bei mir bleibt. Und wenn die Person weg ist, dann pumpt der Autofokus auch nicht hin und her. Also ihr merkt, verschiedene Fokuseinstellungen vom Hersteller mit in die Kamera einzubauen, finde ich auf jeden Fall absolut sinnvoll. Jetzt kommen wir noch zum nächsten Punkt und da ist es ja immer so, dass man sagt, du musst eine Vollformat-Kamera kaufen, weil dann bist du auf Nummer sicher, das ist die ISO-Performance. Ein größerer Sensor ist rauscharmer und so weiter. Ja, rein mathematisch, rechnerisch ist das auch so, nur es ist die Frage in der Praxis, wie deutlich kann man das Ganze erkennen. Wieder das Beispiel Sony mit dem Samyang 85 mm. An der Fujifilm habe ich dann das Sigma drangesetzt, habe hier so einen kleinen Testchart aufgebaut, sage ich jetzt einfach mal, und bin mit den ISO-Zahlen immer höher und höher gegangen. Und ich muss sagen, ja, wenn man bei 100% reinzoomt, was ich natürlich auch gemacht habe, kann man erkennen, dass eine halbe Blendenstufe die ISO-Performance bei der Vollformat-Kamera ein bisschen besser ist. Allerdings in der Gesamtbildbetrachtung fällt das alles gar nicht mehr so sehr ins Gewicht. Und ich muss sagen, auch in der Gesamtbildbetrachtung kann ich eine APS-C-Kamera, die Fujifilm für mich, und ich bin da sehr nörgerlich, was das angeht, noch locker bis ISO 6400 wirklich als Foto, als Bild gebrauchen. Und wie oft hat man das mal bei der Hochzeit, wie ich es ja auch wieder festgestellt habe, ja, dass es mal ein bisschen dunkler ist. Und dann geht die ISO-Zahl eben nach oben. Fotografisch über 6400 würde ich mit der Fujifilm nicht unbedingt gehen wollen. Anders ist es bei der Videografie im ISO-Bereich. Da kann man, wenn man das so ein bisschen künstlerisch sieht, auch mal in den Bereich von 12.000 reingehen. Man weiß ja nie, Low-Light nachts Aufnahmen zu machen, wie das Ganze dann aussieht. Also auch im ISO-Bereich, muss ich sagen, habe ich die Kamera absolut nicht enttäuscht, ist wieder ein Garant, mit kurzen Belichtungszeiten zu arbeiten, mit schönen Schärfen zu arbeiten und so weiter. Und steht auch einer Vollformat-Kamera eigentlich dann mehr oder weniger nichts nach. Also ihr merkt schon, ich lobe die Fujifilm X-H2S in höchsten Tönen und ich bin auch immer noch mega begeistert. Ich habe schon ein paar Sachen rausgefunden, das kommt aber auch noch, das Video, die nicht so gut funktioniert haben, Fehler, die man machen kann. Darauf komme ich aber auf jeden Fall noch zu sprechen. Im nächsten Beitrag geht es dann um die Einstellungsmöglichkeiten, und zwar die Settings C1 bis C7. Auch Sony, Canon, Nikon bieten alle Möglichkeiten an, Voreinstellungen zu nehmen, damit man schneller in sein Ziel kommt, zu switchen in der Videofotografie. Aber Fuji hat es, wie ich finde, wieder gut auf den Punkt gebracht, oben auf dem Moduswahlrad, wo ja auch immer alles in seinen Einstellungen stattfinden sollte, einem da die Möglichkeiten zu geben, wirklich diese sieben Settings einzustellen. Und darauf möchte ich in dem nächsten Beitrag eingehen, denn ich habe vier Fotosettings und drei Videosettings eingebaut und komme damit wahnsinnig schnell auf mein Ziel. Denn ihr wisst, wenn ich unterwegs bin auf einer Hochzeit oder auch beim Vloggen oder Natur, dann switcht es bei mir ständig zwischen Foto und Videografie. Und dann im Menü noch rumzubasteln, da habe ich nicht so viel Bock drauf. Und die Fujifilm hat eine ganz, ganz tolle Lösung gefunden. Aber wie gesagt, das erkläre ich euch noch alles. Das soll es mit diesem Beitrag erstmal von mir gewesen sein. Und ja, wenn ihr noch Fragen zur Fujifilm-Kamera habt, dann stellt sie mir doch einfach mal unten in die Videobeschreibung rein. Wie gesagt, ich verlinke nochmal zu Foto Franz. Würde mich freuen, wenn ihr Interesse habt, euch über Foto Franz da zu informieren. Denn ich sage mal, die Jungs und Mädels, die dort arbeiten, machen ihren Job wirklich gut. Und ich möchte die auch gerne, wenn ich darüber rede, natürlich auch unterstützen. Am Freitag endlich mal wieder, so kleinen Teaser, treffe ich mich mit meinem Foto-Party, dem lieben Olli. Und wir nehmen endlich mal wieder die Folge 61 unseres Foto-Partys-Podcast auf. Und ja, da bin ich mal gespannt, schöne Themen werden da sein. Wenn ihr vielleicht eine Idee habt für ein Thema, dann schreibt es doch vielleicht auch nochmal unten in die Kommentare rein. Das soll es von mir gewesen sein. Dann würde ich sagen, wünsche ich euch wie immer eine schöne Woche oder auch ein schönes Wochenende. Bis dahin, euer Michael. Tschüss.